die kleine pötzschi auch man interessiert sich für die nachbarn das ist ja schön pötzschi hat jetzt drei stunden lang am zaun gesessen habt ihr jetzt gerade mal an die leine genommen und ihr hier ein bisschen den zwangsweise gezeigt zwei ich habe sie gelockt nicht gezogen wird sie hat fünf jahre an der kette gelebt bei einer alten frau die ist jetzt über 90 und kann sich wohl dann jetzt doch nicht mehr um diesen hund kümmern vernünftig so dass die enkel ihr jetzt nahe gelegt haben sie zu uns zu bringen ja pötzschi kennt halt nicht viel vom leben aber wie man sieht ist sie ja echt interessiert und das kann sich ja auch alles noch ändern da wird gewidelt das ist ja schön ja nachdem sie jetzt drei stunden wirklich echt trauermäßig verständlicherweise aus ihrem leben gerissen in so eine überreizte atmosphäre umgebung hier gesetzt wurde die hunde sind interessanter ja wir haben morgen vor sie in der gruppe mit zwei kleinen hunden eine hündin und einen rüden zu setzen es war jetzt heute ein bisschen wie sie bei uns darum hat man nicht so viel zeit das zu betreuen schauen wir dann morgen mal aber es tut sich doch mir jetzt dann doch ganz ganz gut die punkte haben das heißt also mehr oder weniger pünktchen also sie hieß halt so die pötzschi hallo ob sie jetzt auf ihren namen hört ich weiß es nicht wir werden sehen